Was ist nun die kürzeste Zeit der Periode? Und auch hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen einen Tag und eine Nacht, die anderen sagen mehr, die anderen sagen weniger. Und die Ansicht von Ibn Uthaymin und anderen ist, es gibt keine Mindestzeit. Es gibt keine Mindestzeit und es gibt auch keine Höchstzeit. Und diese Ansicht ist auch die einfachste von der Einfachheit. Und zwar merkt dir, ist die Periode, ist die Blutung da, dann hast du die Periode. Also nicht erst, wenn ein Tag und eine Nacht die Periode angedauert hat, dann erst reden wir von Periode. Nein, nein. Sondern ist Menstruationsblut ausgetreten, dann ist das Periode. Und wenn es nur ein halber Tag ist und wenn es nur ein Tag ist. Das heißt also, man muss als Frau wissen, ist das denn überhaupt Menstruationsblut oder nicht. Denn Menstruationsblut hat eine bestimmte Farbe und auch einen Geruch, der sich unterscheidet von normalem Blut. Wenn es eine Verletzung wäre und dann wäre es ja eine Zwischenblutung, eine Istihada. Also Al-Haydu, also die Periode Menstruation, eine Frau müsste unterscheiden können. Wenn eine Frau das nicht unterscheiden kann, ist es nicht schlimm. Das gab es auch zur Zeit der Sahabe. As-Sahabiyat radiallahu anhunna. Und so gingen die Frauen zu Aisha radiallahu anha und haben ihnen gezeigt, bitte schön, schau dir mal das an, ist das Menstruation oder nicht. Und da sagte Aisha, ja, das ist Menstruation, nein, das ist keine, warte mal ab, bis noch klar wird. Das heißt, Aisha radiallahu anha war natürlich eine erfahrene Frau und sie hat den Frauen dann gesagt, ob es sich um Menstruation handelt oder nicht. Das heißt, es mag sein, dass eine Frau noch nicht so erfahren ist, dass sie nicht ganz weiß, ist das jetzt Menstruationsblut oder nicht. Das ist der erste Fall. Sie weiß es nicht. Oder sie weiß es. Wenn du weißt, wenn du dir diese Blutung anschaust, das Blut anschaust und du weißt, das ist Menstruation, es ist so dunkel wie Menstruation, hat diesen Geruch wie Menstruation, du bist dir sicher, es ist Menstruation, dann ist egal, ist es ein Tag, sind es zehn Tage, hat es die Eigenschaft, also ist es Menstruation. Wenn man nicht weiß, wenn eine Frau nicht in der Lage ist, es einzuschätzen, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar hast du eine Regel, also hast du eine Regel, die jeden Monat eintritt. Also deine Blutung, deine Menstruation ist jeden Monat fünf Tage, immer, fünf Tage, jeden Monat fünf Tage. So, und jetzt ist ein sechster Tag hinzugekommen und du siehst, da ist eine Blutung. Kannst du es erkennen, Farbe, Geruch, es ist Menstruation, dann ist es Menstruation. Aber ich hatte doch letzten Monat fünf Tage, ja egal, aber jetzt sind es sechs Tage. Letzten Monat waren es fünf, jetzt sind es sechs. Du kannst es erkennen aufgrund Farbe und Geruch. Nein, ich kann es nicht erkennen. Ich weiß nicht, ist das Menstruation, ist das nicht, weiß ich nicht. Dann gilt, halte dich an deine fünf Tage, an deine Regel. Du hast jeden Monat fünf Tage. Jetzt zum ersten Mal oder einmal im Jahr, sehr, 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 sehr selten passiert es, dass du länger hast als deine Regelblutung und du kannst es nicht unterscheiden. Nochmal, kannst du es unterscheiden? Weißt du, was das ist? Dann halte dich daran. Nee, ich kann es nicht einschätzen. Dann halte dich an deine Regel. Fünf Tage? Fünf Tage. Ich habe eine Regel sieben Tage, also sieben Tage. Dritter Fall, ich kann es nicht unterscheiden. Ich kenne mich da nicht aus. Ist das dunkel genug, nicht dunkel genug? Wie sieht denn das? Und so weiter. Zweitens, ich habe keine Regel. Die Frau, mal hat sie fünf Tage, nächstes Monat sechs, dann wieder vier, dann wieder acht, dann wieder fünf. Also es gibt keine Regelmäßigkeit in ihrer Periode. Dann, wie wir gleich sehen werden, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dann bleibe sechs oder sieben Tage. Warte, also sechs oder sieben Tage und danach hast du keine Periode. Kannst du selbst entscheiden. Willst du sechs? Bitteschön. Willst du sieben? Bitteschön. Rasul, a.sallallahu alaihi wa sallam, sagte der Frau, sechs oder sieben Tage. Das ist der Fall bei welchen Frauen. Erstens, sie können es nicht beurteilen, diese Farbe des Blutes und so weiter. Zweitens, sie haben keine Regel. Dann gilt Nummer drei, halte dich an sechs oder sieben Tage. Das ist allgemein, damit man das versteht. Und das ist, wie gesagt, so die einfachste Art und Weise. Die anderen sagen dir, nein, zehn Tage, minimum 15 Tage, diese Rechtsschule, jene Rechtsschule. Diese Art und Weise ist, wallahu alaihi wa sallam, die einfachste. Kannst du es einschätzen? Bitteschön. Ist Blut da, hast du Periode. Kannst du es nicht einschätzen? Hast du eine Regel? Ja, halte dich an die Regel. Ich habe keine Regel, kannst du nicht beurteilen? Dann eben sechs, sieben Tage. Assalamu alaihi wa sallam, das war's. Eigentlich dürfte das so die einfachste Art und Weise sein, wallahu alaihi wa sallam.